Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Sarschmark, das ist Scream House, Feiertagsstimmung hier heute, ja, ähm, wir wünschen euch alle frohe Weihnachten und schöne Weihnachtsfeier, wir sehen uns ja, Alter, das geht raus an German Inc., du weißt gar nicht, wie weh, was ich gerade mache, haha, haha, dann geht ein German Inc., wir lachen das hier zu, das ist übrigens der hundertste Versuch oder so, ähm, so, schöne Weihnachtsfrüste von Scream House und Wir müssen uns in den Augen, in den Augen oder hier zusammenkommen, wir können unsere ministerstärken bei der Reihe. Abo, wir müssen uns in den Augen, ja.